Frank, ich kenne dich schon lange. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Fall langsam in den Kopf wächst. Ich bin ganz nah an ihr dran. Beim nächsten Mal kriege ich die. Eine Chance hast du noch. Sonst bist du raus. Alexa Berg, Sie sind verhaftet. Sie haben keine Ahnung, wie wichtig mir das ist. Ich freue mich auch sehr auf diese Oper. Erst recht mit einer so bezaubernden Begleitung. Ehrlich gesagt bin ich nicht wegen der Musik hier. Sondern? Um Ihnen dabei zuzusehen, wie Sie Musik hören. Das ist... Sieh mich auf dem Sief. Genießen Sie es. Bitte? Es ist möglicherweise das letzte Mal, dass Sie mit Ihrer Frau in die Oper gehen. Wie meinen Sie das? Komm, wir müssen los.